Ich hatte auch so ein In-Real-Life-Encounter. Ich bin in Köln ausgestiegen aus dem Zug. Und da war so ein Herr, der mit seiner Familie unterwegs war, so mit Frau und Kindern. Und der so, oh ey, geil, können wir ein Bild machen? Und die Frau, was zur Hölle macht mein Mann? Was ist hier los? Warum will der ein Bild mit diesem Nerfer machen, bitte? Die hat geguckt, als wäre ich so ein Alien, der da rauskommt.